... dann platziert die Böglis oben, damit sie auf die Yaris, wenn die angegriffen werden, mit runterschießen können. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Oh, Freunde, grüßt euch. Ich habe euch wie immer gar nicht gesehen. Freunde, ich bin hier gerade in unserem neuen Büro. Ha, nur ein kleiner Spaß. Von hier aus wird die Serie momentan wirklich auf Hochtouren produziert. Hier ist beispielsweise mein Setup. Dort lebt nix. Was schaust du da aber? Jedenfalls haben wir gleich ein Videocall mit Martin, unser neuer Praktikant. Er ist momentan mit Hermann zusammen draußen auf den Straßen und interviewt Personen zum Dreh von Snowdown. Schauen wir doch gleich mal hinein. Hallo, Männer. Martin, läufst du in die Kamera schon? Läuft in die Kamera? Ja, Kamera läuft. Ja, wichtig. Kamera läuft. Top. Martin, dein Gorillis. Oh, verdammt. Hilfe. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Äh. Martin, was ist denn? Ja, man. Läuft die Kamera auf. Martin, die Kamera läuft. Ja. Super. Okay, wunderbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir befinden uns hier außerhalb des Rathauses in Limoni für die Dreharbeit von Desperado 2. Was? Redest du? Wie drehst du da und auch? Meine Brille, ich sollte mir echt Kontaktinsel zulegen. Mist. Wir können loslegen, Martin. Also, fragen wir doch mal einige Inselbewohner nach ihrer Meinung. Oh, ähm, entschuldigen Sie bitte. Haben Sie kurz einen Moment? Wenn Sie da reingehen wollen, nur zu. Aber ich werde nie wieder auf irgendeine Demo gehen. Okay, okay. Da drin ist nicht mal Alkohol erlaubt. Äh. Was halten Sie denn so vom Pernitrix-Versatz als Arzt? Wie mehr? Was ist das? Und die, das Mikrofon... Martin! Das tut mir aber leid. Oh, no. Oh, guck mal. Papa, schlattet. Nun werfen wir doch noch mal einen kleinen Blick hineins Rathauses. Meiner jahrelangen Laufbahn als Arzt, ihr kennt mich wahrscheinlich schon alle, hat mich ein grundlegendes Problem nie losgelassen. Hermann, läuft dir die Kamera hoch? Wirklich? Martin, ja, die läuft! Oh, Lebny, ich glaub, wir sollten Martin feuern. Lebny? Oh, was ist das aber für ein Zettel hier? Erste Folge Snowdown erscheint am 27. Oktober? Nein, 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 das kann gar nicht sein.